Landesgartenschau Ingolstadt. Die Themengärten der Landschaftsgärtner werden präsentiert vom Verband Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau Bayern. Der Schaugarten positive Manipulation von Raumgefühl der Firma Gartenidee Kuchler aus Geisenfeld ist in Zusammenarbeit mit dem Gartenarchitekten Alexander Koch und dem Designer Peter Schreyer entstanden. Mit Grundlagen der Gartenarchitektur nachhaltig Flächenverbrauch reduzieren. Durch optische Vergrößerung. Die Gartengestaltung konzentriert sich auf wesentliche Elemente. Das spart Material und Ressourcen. Die Kunst liegt hier im Weglassen. Der Kontrast von strenger Linie und freier Form steht im Zentrum des Konzeptes mit Wegen, Pflanz- und Wasserflächen, Mauern und Stufen.